Hallo, wir spielen die Pipapo Piraten. Das funktioniert am besten, wenn man zwischendurch auf die Trommel haut. Der Bär macht das auch. Und ihr nehmt, wenn ihr keine Trommel habt, vielleicht irgendeinen Plastiktopf oder was anderes, euch fällt schon was ein. Die Pipapo Piraten. Die Pipapo Piraten, die schießen mit Tomaten. Hoi! Hoi! Tomaten sind zu rot. Da schießen sie mit Brot. Hoi! Hoi! Brot, das ist zu teuer. Da schießen sie mit Feuer. Hoi! Hoi! Feuer ist zu heiß. Da schießen sie mit Eis. Hoi! Hoi! Pipapo sowieso. Hoi! Pipapo sowieso. Pipapo sowieso. Hoi! Die fressen einen Braten. Hoi! Hoi! Der Braten ist zu fett. Da fressen sie ein Brett. Hoi! Hoi! Das Brett, das ist zu lang. Da fressen sie den Schrank. Hoi, hoi, der Schrank, der ist zu groß, da fressen sie ihr Fluss. Hoi, hoi, pipapo sowieso, pipapo sowieso, die Rumpen, die pipapo, die Rumpen, die sauchen einen Rumpen. Hoi, hoi, der Rumpen ist zu nass, da saugen sie ein Fass. Hoi, hoi, das Fass, das ist bald leer, da saugen sie das Meer. Hoi, hoi, das Meer, das ist zu blau, da saugen sie nackau. Hoi, hoi, pipapo sowieso. Hoi, 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 pipapo sowieso, pipapo sowieso, pipapo sowieso. Und das Meer nachmachen.